Drücken, Arne. Drücken. Drücken. Boah, Entschuldigung, aber. Ruhig bleiben. Ja, vor allem muss ich erst mal schauen, wo ist der Knopf. Ja, du musst erst mal schauen, aber du hast schon einmal deinen Vorsprung hergegeben mit Falschdrücken und jetzt bist du unmittelbar vor Auslauf. Jetzt sehen Sie mal, mit was ich hier immer leben muss, mit diesem Nervenbündel. Ja, der macht alle verrückt, ne? Boah, sag mal. Dabei hatten Sie noch jede Menge Zeit. Ja, ist klar. Ihr ist Schweine, ey.